Wir waren Sünder, dem Tod geweiht, dann kam Jesus und mit ihm Gottes Barmherzigkeit. Durch seine Liebe empfangen wir unverdiente Güte, seine Worte bringen uns vom Tod zum Leben. Wir waren Sünder, dem Tod geweiht, dann kam Jesus und mit ihm Gottes Barmherzigkeit. Durch seine Liebe empfangen wir unverdiente Güte, seine Worte bringen uns vom Tod zum Leben. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Wir waren Sünder, dem Tod geweiht, dann kam Jesus und mit ihm Gottes Barmherzigkeit. durch seine Liebe empfangen wir unverdiente Güte, seine Worte bringen uns vom Tod zum Leben. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Herr, raus, Herr, komm raus, Herr, raus. Jesus spricht. Meine Schafe hören mich, ich geb ihnen das Leben. Nimmer nur nichts kann sie mir aus meiner Hand reißen, sie gehören mir. Jesus spricht. Meine Schafe hören mich, ich geb ihnen das Leben. Nimmer nur nichts kann sie mir aus meiner Hand reißen, sie gehören mir. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das sind Worte voller Leben. Seine Stimme ist ein Geschenk, er ruft uns aus dem Grab heraus. Das ist die Stimme der Gnade, das ist die Stimme der Gnade, das ist die Stimme der Gnade. Das ist die Stimme der Gnade, das ist die Stimme der Gnade.